Lange schon überlege ich, was ich einfach mal auf meinem YouTube-Kanal bringen kann. Es gibt einfach so viele Themenbereiche und das Problem ist, dass viele von denen schon bereits auf YouTube präsentiert werden. Ich könnte zum Beispiel Xbox-Videos draus bringen, wo ich einfach mal Fifa oder GTA spiele oder einfach mal was ganz anderes. Ich könnte euch aber auch mal meine ganzen Schreibtische zeigen, was so bei mir eigentlich abgeht, wenn ich einfach nur chillen möchte oder wenn Kumpels hier sind. Oder ich könnte euch einfach mal meine gesamte Verpackungssammlung präsentieren, mit euch Unboxing-Videos machen oder einfach noch vieles mehr, was so mit Kartons möglich ist. Ich könnte euch aber auch mein gesamtes PC-Setup präsentieren, wie das überhaupt bei mir aufgebaut ist. Ich könnte euch zeigen, was ich überhaupt hobbymäßig mache, was ich so hinter den Kulissen überhaupt alles mache, mit Freunden und sonstiges. Ich könnte aber auch mit euch Dinge wahr werden lassen, die schon die ganze Zeit meine Träume sind. Ich könnte mit euch auch einfach mal PCs aufbauen, diese ganze Hardware, die dahinter steckt. Ich könnte rausgehen und einfach mal Bilder von der Natur machen oder einfach mal epische Bilder machen oder sonst irgendwas. Wie ihr seht, ich kann einfach so viel machen und ja, wenn ihr unbedingt mal bestimmte Videos sehen wollt, dann schreibt sie auf jeden Fall in den Kommentaren, ich versuche sie so weit wie möglich umzusetzen. Und ja, das war's irgendwie von diesem Video, war eher ein bisschen spontan, aber naja, lasst auf jeden Fall ein Like da, Abo, Glocke, könnt ihr aktivieren, müsst ihr nicht, würde mich trotzdem freuen. Wir sehen uns im nächsten Video, haut rein und ciao! Bis zum nächsten Mal!